moin leute was geht willkommen zu einem neuen video und es gibt letzter zeit immer mehr infos oder auch leaks bezüglich der nintendo switch 2 beziehungsweise dem nachfolge der nintendo switch ob sie 2 heißen wird ob sie next heißen wird ob ist alles möglich mein nintendo war mit namen geben immer nicht so ganz gut ich meine wir sehen wie und wii u direkte fortsetzung keine ahnung ich meine switch next könnte ich irgendwo sogar vielleicht noch nachvollziehen switch 2 sehr cool aber ich weiß nicht irgendwie hat nintendo nie mit zahlen dran hängen deswegen könnte es auch ein ganz neuer name werden und gar nicht switch heißen weil wenn man mal guckt gamecube wie super nintendo nintendo 64 switch die hießen auch nicht alle gleich wissen was ich meine also daher das schon mal vorne weg so es gibt immer mehr bilder die durchs netz kursieren die irgendwelche versionen zeigen sollen hier mit so weil das bild mit der nintendo switch next da muss eine sache sagen leute wenn das ganze stimmt und es sieht sehr sehr wahrscheinlich aus dass es stimmt das habe ich mal im anderen video schon mal gesagt weil es wird ein nachfolger kommen also kein wie das oled modell ein upgrade keine switch pro variante sondern ein nachfolgermodell das heißt die next gen so gesehen der switch dass sie kommen sollte ist irgendwo auch klar weil wenn wir mal ganz ehrlich drüber nach drüber gucken wir können ja mal ganz kurz wieder ein bisschen recherche machen wenn wir jetzt mal schauen hier nintendo wii release ja also schon release ausschreiben und nicht irgendwie nur so war am 16 november 2006 so der nachfolger der wii war die wii u und die hatte ein release am 2012 das heißt sechs jahre später wenn wir jetzt gucken nintendo switch release war im märz 2017 das heißt es sind immer so sechs fünf sieben jahre unterschieden jetzt gucken wir wir haben ja 2023 das heißt es sind sechs jahre später nächstes jahr wären sieben jahre und dass irgendwann mal nachfolger kommt ist ja auch logisch so natürlich muss man dazu sagen dass es dev kids gibt die derzeit unterwegs sind weil man liest also ganz oft ja entwickler haben ja schon konsolen klar leute das ist ja auch logisch wenn ihr jetzt entwickler seid und nächstes jahr sollen das switch 2 rauskommen dann müsste ja die hardware schon haben oder zumindest die grobe vorstellung der hardware schon haben um dafür spiele entwickeln zu können das heißt es werden im netz irgendwo wahrscheinlich auch irgendwann den nächsten mal bilder von einem dev kit also ein dev kit ist das was die entwickler zum bearbeiten bekommen releasen aber wenn wir mal ganz kurz gucken beste beispiel ist einfach bei der ps5 sah das dev kit damals nämlich ja möchtest du hier suchen das war im endeffekt so die dev kits wo haben wir es denn mal hier die wir damals zum release bekommen haben hier so war damals das was einige entwickler zugeschickt bekommen haben um damit für die ps5 spiele zu entwickeln und das was wir gekriegt haben war das ja also nur weil wir jetzt im endeffekt eine weil vielleicht demnächst eventuell mal dev kit bilder auftauchen sollten wenn sowas real wäre wie das hier muss sie nicht so aussehen ja also nintendo tut eigentlich seltenfall tut entwickler mit dem dev kit seine endgültige version liegen wie gesagt inhalte ja ich glaube daran dass wir einige news die es bereits gibt stimmen gerade auch seiten wie gamestar und so berichten darüber und eigentlich tun die relativ wahrscheinlich sehr sehr selten fake sachen bekannt geben sondern ich denke mal eher dass sie schon auf ihren recherchen auf den ligern auch vertrauen und da sind ein paar sachen dabei über die ich jetzt sprechen möchte die mich ein bisschen enttäuschen wenn es wirklich stimmt sind die aktuellen infos die wir haben dass die switch 2 nennen wir sie jetzt mal keinen besseren bildschirm haben soll sondern eher wieder wie das basic modell einen lcd bildschirm also kein oled bildschirm wie bei der oled switch sondern einen lcd bildschirm was wieder ein schritt zurück wäre klar mit besserer technik trotzdem besser aussehen wird als bei der switch also es ist jetzt nicht eins zu eins das gleiche modell nur wenn ich meine es wird schon besser aussehen aber es wäre mehr viel mehr drin begründet wird das ganze laut den ligern da die switch mehr leistung haben muss allgemein um mehr auch zu können und auch größere speicher und alles warum und alles ja größer wird heutzutage und sie im endeffekt geld sparen möchten denn die konsole soll halt nicht ultra teuer werden es soll halt keine konsole werden die 500 euro kostet sondern wahrscheinlich eher wieder drunter sowie die switch halt 300 die kostet zum release 330 damals jetzt muss ich sagen als 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 person ich bin ganz ehrlich wenn sie sagen würden wir verkaufen die switch 2 für 330 oder wir hätten sie mit einem richtig coolen upgrade auch bei grafik für den bildschirm für 400 hinbekommen weiß ich nicht ob mich die 70 euro abgeschreckt hätten bin ich ganz ehrlich also ich glaube ich hätte lieber die 70 euro mehr bezahlt für ein bisschen mehr qualität weil man hat das gerät ja auch ein paar jahre ich meine es gibt leute die haben immer noch ihre erste switch und die seit sieben jahre alt ist was ich meine das ist ja eine investition die hat man ja nicht nur für heute sondern ja für mehrere jahre wenn die konsole ganz bleibt was auch immer daraus geht natürlich dass die switch 2 wieder einen bildschirm haben wird und einen handheld modus besitzt sowie halt auch einen heimkonsolen modus ja finde ich ganz cool ich meine ich mag das konzept der switch dass man sie mitnehmen kann ich meine das ist ja auch der sinn dahinter so ein bisschen ich bin nur mal gespannt ob es diesmal große unterschiede geben wird weil jetzt war schon klar der handheld modus zum zum fernsehmodus ist schon unterschied aber ich würde mir irgendwie wünschen dass die docking station mehr leistung aus der switch 2 rausholen kann um ein noch besseres bild auf dem fernseher zu bekommen und auf dem handheld sagen wir mal eine abgespecktere version weil klar da kann man nicht zu viel power einbauen sonst wäre es wiederum zu teuer ja ich meine switch möchte halt gerne für die masse tauglich sein für die familie tauglich sein was einige liga sagen was ich sehr erschreckend finden würde ist dass sie inhaltlich von der qualität her in richtung ps4 und xbox one qualität gehen soll also von der hardware her was für mich ein bisschen schwach wäre im verhältnis zu dass wir mittlerweile schon ps5 haben und xbox series und wir halt jetzt mit der switch 2 auf die alten generationen gehen das einzige was ich coolen finden würde aber ich weiß nicht ob das zu modern für die playstation für die switch ist mittlerweile ist ja die technik schon so gut dass man sehr viele spiele über cloud gaming spielen kann ja gucken wir uns mal zum beispiel nvidia geforce now an wo es mittlerweile fernseher gibt wo man einfach spiele wie cyberpunk und so am fernseh spielen kann ohne eine konsole zu besitzen ähm weil man das halt streamt dieses bild ähm oder auch schon teilweise handys das sehr gut können xbox kann das überhaupt kann das bild auf ihr handy zum beispiel sehr gut streamen also cloud gaming ist schon in einer sehr guten entwicklungsphase gut klar wir bei uns in deutschland ist halt internet immer so ein bisschen ja aber ich glaube nicht dass nintendo eine konsole entwickelt und sagt wir müssen aber auf die deutschen achten weil die internet kacke wisst ihr euch mal in anderen ländern ist das gut ausgebaut ähm das wäre eine sache wo ich mir denke okay das könnte gut funktionieren weil natürlich bei cloud gaming zum beispiel bei dem nvidia geforce now ihr nicht auf eurem pc zockt sondern ihr zockt auf einen pc von nvidia oder halt die die halt bereitstellen und ihr streamt halt das bild auf euren pc das heißt ihr könnt auf eine anführungszeichen gurke spiele spielen die gar nicht auf der gurke laufen würden und natürlich wenn die switch gewisse dinge gerade bei vielleicht so spielen wie call of duty die auf die switch kommen sollen ähm so etwas anbietet wäre es auf jeden fall möglich auch auf der switch obwohl sie eine ps4 qualität besitzt trotzdem spiele zu spielen die besser aussehen und das wäre geil hätte aber ein großes problem wie machen wir es im handheld wie macht ihr das wenn ihr im park sitzt und wollt bei 35 grad sonnenschein call of duty zocken ich meine wer macht das aber wer das machen möchte ähm hätte probleme jetzt die frage ob es also ich finde in Richtung cloud gaming wäre eine lösung warum die qualität schlechter sein könnte die andere sache ist ich hoffe halt dass nintendo die switch nimmt und sie einfach nur besser macht und nicht anders machen möchte weil nehmen wir mal zum beispiel das paradebeispiel wäre jetzt die wii war ein zu damaligen verhältnissen schon so ein kleiner gaming meilenstein wie viele leute haben zu hause bei wii sports mit der fernerbedienung gespielt und haben und dann kam die wii u und im endeffekt hat nintendo aus einem geilen konzept den griff ins klo gemacht klar die wii war eine coole konsole ich habe da auch drauf gespielt gab es geile spiele für aber sie war tendenziell nicht das was eine wii war und ich habe ein bisschen angst dass ähm die switch 2 nicht ganz das wird was wir vielleicht möchten vielleicht wird es ich meine es kann auch es muss nicht immer weil es ein nachfolger wird auch besser werden es kann auch schlechter werden das ist halt die andere sache ich hoffe halt nur dass nintendo sich mit ihren mit ihrer konsole so verstärkt dass wir halt keine probleme über spielen bekommen weil es gibt mittlerweile einige spiele auf der switch die müssen extra in speziellen versionen gemacht werden viele spiele laufen nicht so flüssig ähm es ist oftmals so ein klein bisschen problem und ich hoffe halt dass die switch im endeffekt mit ihrem nachfolgermodell alles richtig macht weil ihr müsst ja überlegen die switch 2 wenn sie wirklich ende 24 rauskommen sollte was ich sehr für möglich halte weil anfang 24 wäre irgendwie blöd weil man will ja als firma eigentlich immer das weihnachtsgeschäft mitnehmen ähm und im märz ist halt nix vielleicht ostern aber ich denke dass im november oktober dezember 24 halt schon ein sehr guter release zeitraum werden ihr müsst überlegen 26 27 soll ja schon die ps6 und die xbox was auch immer rauskommen und dann habt ihr halt im endeffekt qualitätsmäßig die irgendwo da oben und die switch irgendwo dann hier unten wenn sie auf ps4 grafik oder ps4 niveau noch rumeiern würde wisst ihr was ich meine ich hoffe dass sie irgendeine lösung finden um das problem zu lösen im endeffekt um nicht irgendwie zu weit abzufallen weil aktuell ist die switch dann irgendwo eine nebenkonsole nur wenn ihr halt mario zelda und pokemon etc spielen wollt aber ich glaube wenn jemand sagt ah cool es kommt ein neues call of duty raus und ich brauche eine konsole ah ich weiß nicht ob man da auf eine switch zurückgreifen würde ich persönlich wahrscheinlich nicht ich würde dann eher auf eine next gen konsole gehen deswegen ich hoffe sie finden da irgendeinen Zwiespalt heute sage ich technisch ist einiges möglich auch in der größe ich meine hey es gibt macbooks die sind dünner als mein finger und da ist eine technik drin und die ist halt krass klar die kosten auch sauviel geld aber wisst du was ich meine vielleicht findet nintendo da einen sehr guten kompromiss den wir alle nicht auf dem schirm haben aktuell zum release ankündigung ich lese letzte zeit öfter dass auf der gamescom die switch 2 angekündigt werden könnte wäre auf jeden fall eine möglichkeit in der opening night zum beispiel die games auf der gamescom das switch 2 zu zeigen ich weiß noch nicht wie früh sie angekündigt wird wenn sie ende 24 rauskommt oder ob sie sagen sie warten damit noch ein bisschen nintendo macht ja eigentlich alle drei monate ihre eigenen live shows und sie präsentieren sie vielleicht da ich meine gamescom wäre geil safe ich meine der hätte richtig bock drauf dass wir sie da sehen würden ähm auch was die liga sagen ist dass das line up sehr stark sein sollte ich meine wenn wir überlegen wir hatten kein eigenständiges mario kart auf der switch wir hatten nur das mario kart 8 deluxe was ja die remake variante von mario kart 8 von der view war das heißt wir könnten mit einem mario kart 9 eventuell mario kart 10 mal gucken ob sie auch eine zahl überspringen oder keine ahnung mario kart x oder wie sie auch immer das nennen werden könnte natürlich zum release dabei sein neue super smash press würde im prinzip gehen da hatten wir auch schon lange keins mehr pokémon generation 10 weiß ich nicht ob das schon zu früh wäre als line up start ich glaube das werden wir eher 25 bekommen ähm dass es eher in die richtung geht dass pokémon generation 10 eher da kommt vielleicht bringen sie das ein oder andere remake schwarz und weiß eventuell mit dem release für die neue switch weil man muss ja zu sagen dass bei der normalen switch also bei der die wir jetzt haben das line up zum start sehr schwach war sie hatten zelda und eins aber es war halt nicht viel da laut leakern soll das bei der neuen switch anders sein sie wollen mit einem geilen portfolio starten um uns halt früher auf die neue konsole zu bekommen denn was ich das verstanden habe ist das was die leaker sagen alles was auf der switch geht soll auch auf der switch 2 gehen also dass sie abwärts kompatibel sein soll wie z.B. auch die ganzen sachen im store also was ihr runtergeladen habt die ganzen online emulatoren dass sie alle auf der neuen switch laufen halt nur nicht andersrum dass wenn ihr ein spiel für die switch 2 kauft nicht auf der switch geht aber das ist eben auch logisch weil warum sollte man dann eine switch 2 kaufen aber sie soll abwärts kompatibel sein was sehr nice wäre weil man halt auch da mit seinen spielen die man jetzt aber weiterspielen kann ich hasse das wenn konsolen nicht abwärts kompatibel sind also fassen wir groß und ganz zusammen wir müssen abwarten ob eine switch 2 24 kommt das problem ist abgesehen von leakern sind alle sachen sehr selbstverständlich klar 24 wäre ein geiles datum klar dass devcats unterwegs sind ist normal das ist auch kein leak weil es muss so sein warten wir mal ab ob wir am ende keine ahnung zwei bildschirme bekommen irgendwelche komischen großen joycon adapter irgendwelche kameras an der switch das ist auch wie so ein handy bis zu richtigen controllern also das sind alles alles theorien und ideen die da sind wir müssen abwarten was am ende die switch bringt ich sag vielen dank fürs zuschauen schreibt mir eure meinung gerne die kommentare wie ihr das ganze seht ich werde natürlich sobald es news gibt videos dazu machen und dann würde ich sagen euch schon einen schönen tag vielen dank dass ihr da wart lasst ein abo lasst ein like da bis dann und ciao